Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei GTA 5 wieder. Wir sind immer noch mit Franklin unterwegs, wo wir jetzt zu die Hauptmission fahren. Genau. Und die ist... Boah. Ein Stück weg. Gegen den Buswerk im Fast-Gegen-Gefahren. Hätte ja wieder gepasst, dass ich hier irgendwo gegenknalle. Ja, ich sag's ja. Okay, Leute. Was war das denn? Franklin, der Überflieger. Ey. Ist ja wohl verarsche. Fliegt er erstmal die Brücke runter. So schnell war ich gar nicht. Schnallt sich Franklin nicht an? Gibt's ja wohl nicht. Ey. Ja, Frenkelnus, komm. Oh. Aus dem Krankenhaus? Oh, mein schönes Geld, Mann. Fliege ich aus dem Auto, ich fastet nie. Ey, Alter, gib mir mal deine Karre. Oh, jetzt bin ich wieder ein jedes Stück weg. Könnte ja wohl nicht wahr sein. Komm schon mal, Mann. Ja, hup du nur, du Wichser da hinten. Okay. Die hat erstmal total Panik gekriegt und ist weggefahren. Was die hier rumschreien. Mach doch mal die Kreuzung frei. Der gute Franklin ist unterwegs. Oh, hier ist diese Schnellstraße. Oh, was ist denn da abgefahren? Okay. Ey, ich bin so blind. Bin so blind. Hey, ich bin so blind. Und wo's he at? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfuckin' government killers again? Yep. Hey. Hey, all right. What's up? Listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here. In the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley. In a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes, guy. Saw a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here. On your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? See it through the professional, dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Oh man. Steig in den Müllwagen. Na, sicher doch. Oh man. Das ist noch nicht mal so weit weg. 500 Meter in etwa. Beziehungsweise 400 noch weit. Rote Ampel. Die ist mir aber egal. Die ist mir aber egal. Okay Mike, move it. Get the truck in position. Okay. Just stop in the road and stay there. Okay, I pulled up. Get ready, Frank. Hey man, I got these motherfuckers. Ram den Transporter. Ach so. Das tut mir leid. Okay, Haftbomben. Hab ich grob welche bei. Hab ich. What the fuck? Let's go. Let's go. On the ground, now. Have the LSPD incoming. 4 Sterne. Fuck. Fall back. We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, this will be a nasty motherfucker, man. Okay, let's go back to Michael and Trevor. Okay. Aber ich hab doch keine Ahnung wo. F, I got your back. Just let me know. I'm up here watching over you boys. Well, one of you more than the other. Oh man. Was sollen wir denn bloß jetzt machen? Hey guys, I got a Mizzouka up here, in case you need me to wait in. Lauter Cops ausschalten hier. Okay, wir sollen zu Michael wechseln. Michael, Spezialfähigkeit. Alter, Trevor schießt mit Raketenwerfer oder so? What the fuck? Ey, komm. Michael ist tot. Wo ist bitte Frank, den den Ektor davor abgestellt bei der verfickten Treppe? Kommt ja, Hori Lach und schießt mir in den Kopf. Das ist wohl ein schlechter Witz. Was hab ich denn noch? Ich kann eigentlich ne Haftbombe werfen. So geht's doch auch. Wir wichsen alle. Alle gehen in den Kopf schießen. So. Franklin steht hinter mir. Wir legen diese Leute runter und wir können die Umgebung öffnen. Oh, wie ja? Oh, ich verleg mich halt hier hin. Da können sie nicht hochkommen. Ihr wiegt ja. Oh, Mike hat sogar Handgranaten. Hey! Oh, ich brauche deine Ammo! Den sehe ich nicht. Da ist ein Schalldämpfer drauf, sehe ich gerade. Oder beziehungsweise höre ich. All we gotta do is ride this out! Oh! There's plenty of these asshole! Hold them! Come reload! Fuck you, Tom! What? Leck mich? Leck mich am Arsch, du Wichser! Hey, when we build it out of here! Back down, motherfuckers! Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Weatherless warm! Hold tight! Hey, fuck you! Fuck you! Hold them down, catch them on the back foot! Treibt sie in die Enge! Come on, we need a window! vibeid mich immer Schon malt kommen already Der kein dicke den Reck! Wenn du kommst, du das? Hinkברstang in deren něk together! Wir sind nur noch einer Seid sie zurück! Jetzt kommen die schon hier hoch! Wir sind CUAN DIE COShFlowD several! Du gehst wirklich nerveisieren! Schalte die Polizei Verstärkung aus. Alter! Ihr Wichser! Die kommen auch immer mehr! Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss! Treibt sie in die Enge! Ihr seid alle witzig! Was soll ich denn hier machen, Mann? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung! Mann, die sind aber witzig! Wieso ist denn die Sache durchziehen? So ne verdammte Scheiße hier! Wo muss ich hin? Was ist denn hier los? Ohne Scheiße hier alle! Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen müssen! Wo, jetzt Musik! Äh, Trevor! Steuern! Wenn ich wüsste, wo die sind! Ach da! Die Sniper sind da! Das sind ein Schwerger! Das ist ein Schwerger! Ohne, du bist tot! Die Sniper sind weg! Wir sind zu Ende! Incoming! Aufsit! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah! Ah! Ich muss wieder... Trevor nehmen! ähm ähm sehr gut ach nee ich muss ja vorhin clean nehmen Aua guck mal, die sind tot ey, Mann, schau dich nach dir selbst, okay? Begib dich zum Fluchtpunkt So Okay, mach ich mal Wow Drei Kilometer Was soll das denn? Das ist doch krank, Mann Drei Kilometer So ein Fluchtpunkt Das ist nicht okay Also krank, Mann krank So, Franklin muss sehen Was ist das? Müllwagen, genau So, bloß kein Fehler machen Alter Zwei Kilometer hier noch Depp, de depp, de depp Und der steht ja wieder toll Wo? Mei, oh, mei, oh, mei Alter, wo muss ich denn verdammt nochmal hin? Alter Schwede hier Das ist ein verfickter Fluchtpunkt Das ist ein verfickter Fluchtpunkt Und das ist nicht, dass es das ist Und da muss ich zu, äh, Trevor und, äh, Michael nochmal hinfahren Könnt ich mir denn direkt vorstellen Hul das Fluchtfahrzeug Hey, komm mal, Mann, aus der Weg Hey, komm mal, Mann, aus der Weg Hey, komm mal, Mann, aus der Weg Was ist alles cool? Ja, Mann, Alter, der Trash-Truck ist Trash-Dog, bist du gut? Ja, Mann, Alter, der Trash-Truck ist Trash-Dog, bist du gut? Hey, komm mal, komm mal, komm mal Nice work I'm about to meet this guy I'll tell you how it goes Jetzt müssen wir mit ihm noch irgendwo hin Jetzt müssen wir mit ihm noch irgendwo hin Jetzt müssen wir mit ihm noch irgendwo hin What the fuck, Mann So, wo müssen wir denn hier hin? Ach da Der ist aber schnell ausgestiegen Package für Devin Weston Package für Mr. Weston Hey, 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 hold on, hold on Come on Come on Yeah, and I'm telling you That I don't give a flying fuck Ha 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 There you go, there you go Boom, so long, motherfucker Devin Weston I remember you The weekend interrogator Invest wisely Hey, hey, hold on, hold on We're not done here yet I got a job for you, bro Five Top quality scores Big ticket cars Major payday, bro Sounds great I got just the guy for you I'll put you in touch No, 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 no I don't want just some dude I want you I want your crew I want pros on this Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck I'll let them know you're interested I guess I just got you figured wrong, man Hey, what's the figure? Tell me something You like football? I got a stake in a sports investment venture You like the market? I got some funds you can manage Name your poison, man I just like sitting around watching old movies Oh, there we go How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man And I'm doing a finance deal for his studio I will make the connect just as soon as you All right Oh man Solomon Richards Have a good one, boys Hey, what's up, Michael? Hey man Listen, I got an interesting opportunity for you An acquaintance of Dave's An FIB-Kontakt? Are you joking? Relax, the guy's private sector Very well Could be lucrative Why don't you meet him and see what you think? Oh, yeah, yeah, yeah I think about it All right Me and Trevor will be there too I promise you It's a step up for you A real opportunity